Immer wieder ist er etwas, was aufgeteucht ist, in der Innovation und Kreativität gezeigt wurde. Er hat einfach das Ziel, er weiss, was er will. Also Roli habe ich kennengelernt in einer Kollegiumszeit, Ende 80er, Anfang 90er Jahre. Er ist, glaube ich, ein Jahr zu viel jünger als ich. Aber irgendwie ist Roli da schon aufgefallen und es hat man gewissen lassen, dass Roli im Boden wäre. Und so hat man dann miteinander gesehen und geredet. Und ich bin auch hier in den Fischbrief gewachsen. Wie ich gesagt habe, es waren Leute der Name, dass viele Leute schon immer anziehen können. Diese Anziehungskraft hat er schon damals gehabt. Da habe ich eine solche Erinnerung. Er ist offen, er ist spontan. Er ist authentisch, scheint mir wichtig zu sein. Er ist auch intelligent, er weiss ... Er ist einfach das Ziel, er weiss, was er will. Also immer weiss man gewendet, woran man ist. Also müde ist Roli in allen Fällen. Wenn man sieht, was jetzt er merkt. Er hat ja noch nicht ganz den alten Garten und was er alles schon zum Zweck gebracht hat. Und nach wie vor dahinter ist der Zweck zu bringen. Da ist man müde und noch vieles anderes, was dazu gehört hat. Aber in allen Fällen möchte man hier ein Wagnis eingehen. Und das passt immer. Ich gehe mehr dazu. Ich gehe mir.